Die Fächerstruktur der DFG bildet die gesamte Breite und Vielfalt der Wissenschaften ab. Sie schafft auch die Basis für die Begutachtung und Bewertung interdisziplinärer Forschungsansätze. Vor jeder Fachkollegienwahl werden die Fächer anhand aktueller Rückmeldungen aus der Wissenschaft überprüft und angepasst. Dies bestimmt auch den Zuschnitt der Fachkollegien. Wo sinnvoll, können sich Fachkollegien in Sektionen aufteilen oder in Fachforen vereinen. Um jeden Antrag effektiv in einem optimalen Rahmen bewerten zu können.